Hallo Leute, ich bin Ligenkiller und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Es ist wieder Freitag, heißt neues Commentary von mir. Und in dem heutigen Commentary habe ich mir überlegt, natürlich über Battlefield Hardline, denn die Open Beta ist ja gestartet am 3. und läuft jetzt noch bis Sonntag. Deswegen habe ich mir gedacht, natürlich machst du darüber ein Commentary oder einen Commentary über Battlefield Hardline. Und ich werde euch in diesem Commentary einfach mal erzählen, was so mein Feedback, meine Erfahrungen bis jetzt mit der Beta sind. Und ja, wie immer fängt man mit dem Positiven an und geht dann ins Negative über. Deswegen habe ich mir mal so eine kleine Liste gemacht, die für meine positiven, negativen Sachen. Kann sein, dass die im Laufe des Tages irgendwie noch ergänzt werden oder nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu haltet, was eure Poros und Kontrast zu dem Spiel sind. Und ich fange einfach mal an, die Liste so abzuarbeiten. Den ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das macht Bock zu zocken. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt wieder daran liegt, dass ich endlich mal wieder in Battlefield nach der langen Zeit gezockt habe. Denn Battlefield 4 habe ich jetzt nicht so viel gezockt, ich habe gerade mal geguckt. Ich bin gerade mal Level 15 bei Battlefield 4. Das hat mich irgendwie nicht so gefesselt wie Battlefield 3. Aber ich glaube, Battlefield Hardline, das werde ich ein bisschen mehr suchten als Battlefield 4. Ich weiß auch nicht, Battlefield 4 hat mir irgendwie nicht so gefallen. Und ja, Battlefield Hardline scheint mal ein Spiel zu sein, was ich wieder richtig suchten werde. Und der zweite Spiel, äh, der zweite Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Waffen aufheben. Und zwar finde ich das ziemlich geil gemacht, dass man diese ganzen Stinger-Raketen, Raketenwerfer und so auch aufheben kann. Ich weiß gar nicht, ob der Pionier die Waffen auch hat, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, denn ich habe bis jetzt fast nur als Sanitäter gespielt. Ich finde die Waffe, oh, Entschuldigung, die Klasse einfach am besten. Von daher, ähm, weiß ich gar nicht, ob der Ingenieur noch diese Raketenwerfer-Sdinger und so hat. Aber ich überlege gerade, was sollte der sonst haben, weil sonst wäre der Ingenieur praktisch nutzlos, wenn man die Waffen ja sowieso alle aufheben könnte. Warum sollte man dann überhaupt noch irgendjemanden Ingenieur spielen? Ja, okay, um Flugzeuge und so zu reparieren vielleicht. Dann, ähm, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, wie es bei Battlefield 4 war, ich habe es nicht so viel gezockt, wie gesagt. Finde ich das ziemlich cool, dass man jetzt ein 5-Mann-Squad machen kann, denn bei Battlefield 4 ging das ja nur mit 4 Mann, meine ich. Und, ähm, jetzt kann man sogar bis zu 5 Mann in 1 Squad reingehen, was ich eigentlich ziemlich cool fand, weil manchmal, sonst hatten wir immer die Probleme gehabt, damals bei Battlefield 3 noch, dass wir meistens irgendwie mit ein paar mehr Leuten waren und dann müssen wir meistens 2 Squads machen auf der PS3 damals noch. Und, ähm, ja, da müsste man, wie war das damals, auch die ganzen Chat irgendwie umstellen, dass du alle Leute aus deinem Team hörst und so, weil wir uns sonst ja gegenseitig alle nicht gehört haben. Und, ja, so müsste man halt so ein bisschen drumherum arbeiten. Und so mit 5 Mann, ähm, hat man halt jetzt ein Squad mehr oder ein Mann im Squad mehr, bei dem man auch noch spawnen kann. Das ist ja auch noch ein zusätzlicher Punkt. Und, ähm, das könnte ja auch ganz wichtig sein, wenn, ähm, wenn 4 Leute sterben, dass da einer noch irgendwo gammelt oder irgendwo anders wartet, sozusagen, der dann immer als Spawnpunkt dient. Und da kann man sich bestimmt auch geile Taktiken überlegen, wie man das machen wird. Aber dazu müssen wir mal gucken, wenn das Spiel raus ist. Mal gucken, mit wem ich das alles zocken werde, beziehungsweise wer von euch gerne mit mir zocken will, ne, einfach auf PS4 adden. Und, ähm, ja, was ich auch noch ziemlich cool finde, ist, man kann sein Emblem so an die Wand sprayen, so wie bei Gary Smod, glaub ich, geht das auch. Da kann man sein, äh, Steam-Profilbild an die Wand sprayen. Hier kann man sein Emblem an die Wand sprühen. Mit, auf der PS4 geht das, glaub ich, mit dem Touchband. Auf dem PC geht das mit der Taste C, mein ich. Und, ähm, ja, da kann man einfach, wenn man irgendwie so ein YouTube-Logo macht oder so was, da kann man schön, ähm, an die Wand sprayen. Zum Beispiel, wenn man Eroberungen zockt oder so was, dann sprüht man das Ganze, der ganze Clan macht sich irgendein Emblem. Und dann sprüht man die ganze Wand voll mit dem Clan-Emblem oder auf irgendein Haus und so, nach dem Motto, dat ist unser Haus. Wenn ihr hier rein wollt, nur über unsere Leichen. Ähm, ich weiß nicht, ich find das irgendwie voll geil, wenn man da so sieht. Boah, Emblem, ich weiß gar nicht, ob die anderen das auch sehen können, aber sonst wäre das ja eigentlich schwachsinnig, wenn die das Emblem nicht sehen können. Fällt mir grad so spontan mal ein. Aber ich denk mal schon, dass die anderen auch das Emblem sehen können, weil ich hab bis jetzt noch keinen gesehen, außer mir, der da sein Emblem hingesprüht hat. Von daher, mal schauen. Und dann, was ich auch noch ziemlich cool finde, ist die Musik in den Autos, Radios, also im Radio beziehungsweise. Und, äh, gibt ja auch auf Mopeds, glaub ich, kann man auch Radio hören. Find ich eigentlich gar nicht so schlecht, die Musik da drin ist. Vor allem find ich das auch geil, dass man die Musik überspringen kann. Und, ähm, ja, bin mal gespannt, ob man da auch, aber was ich bezweifle, eher seine eigene Musik draufladen könnte, so nach dem Motto, wenn man im Auto sitzt, spielt den und den Song. Es geht ja bei FIFA zum Beispiel, da kann man ja seine eigene Playlist einfügen und dann kann man nochmal im Hintergrund seine Musik hören. Und, ähm, wenn wir schon grad beim Sound sind, ich find den Sound so richtig geil von Battlefield Hardline. Vor allem find ich das ziemlich cool, dass man, ähm, hört, von wo der Gegner kommt. Wenn man so wie ich so ein Surround-Sound-Headset hat und, ähm, ja, man kann auch so seinen PC auf Surround-Sound stellen, aber trotzdem find ich das schon gut. Man hört, nicht so wie bei Call of Duty, da hörst du, irgendwo schießt einer. Toll. Bei Battlefield hörst du richtig, der kommt von links, der kommt von rechts. Zum Teil, so mit dem Headset, was ich hab, zum Beispiel hört man sogar, ob der von oben, von unten kommt. Ähm, wenn man jetzt in einem Haus ist, zum Beispiel in der mittleren Etage, hört man, ach, da ist einer über mir. Ja, da, da ist einer unter mir. Och, da ist einer rechts, da ist einer links. Denn auch die Schritte sind ziemlich laut. Und, ähm, vor allem, was ich auch gut finde, ist, man kann ja die Türen auf und zu machen. Nicht auf jeder Map, aber auf vielen Maps kann man Türen auf und zu machen. Und das ist doch ziemlich laut. Und das hört man dann auch gut mit einem Headset. Oder überhaupt auch, wenn man über einen TV- oder PC-Lautsprecher, ähm, den Sound hat, hört man das doch ziemlich gut. Gibt's bestimmt auch Taktiken, wie man sich so bei Heist oder bei anderen Spielen, ähm, Spielmodis, ähm, irgendwo einbarrikadieren kann. Und dann, ähm, hört man, ach, da kommt einer von hinten, die Tür ist aufgegangen. Dann dreht man sich um und dann kann man den killen. Und, ähm, ja, das finde ich doch schon eine ziemlich coole Sache. Und, ähm, einen letzten Punkt, finde ich noch geil, ähm, den ich mir hier aufgeschrieben hab, bei Positiven, ist, dass man die Upgrade, ja, sozusagen, Upgrades, ähm, freischalten kann, beziehungsweise im Laufe des Spiels bekommt. Das sind unten rechts, wenn man mal auf eure, ähm, auf eure Anzeige guckt. Da gibt's also diese Schlösser. Ich glaub, ich hab bei mir zwei oder drei Schlösser schon freigeschaltet. Wenn man dann Q hält nach einer bestimmten, ich weiß nicht, ob man was Bestimmtes machen muss oder ob das nach einer bestimmten Spielzeit kommt. Auf jeden Fall, wenn man dann auf dem PC Q-Taste gedrückt hält, kann man so welche, ähm, Verbesserungen machen, wie zum Beispiel beim ersten gibt's, glaub ich, entweder man kriegt mehr Munition oder man kann schneller klettern. Ich hab schon vergessen, was es bei dem zweiten gibt. Auf jeden Fall gibt's dann halt solche, sozusagen, Upgrades, sag ich jetzt einfach mal, wo man dann zum Beispiel mehr Munition kriegt, was ich zum Beispiel gar nicht so schlecht finde, denn mir ist öfter mal während des Zockens die Munition als Sniper ausge... Ach, als Sniper sag ich schon. Als Medi, ich weiß gar nicht, wie der in dem Game heißt, ich nenne ihn einfach Medi, ähm, ist mir öfter mal die Munition ausgegangen und da müsste ich irgendeine andere Waffe aufheben, äh, Pistolen hab ich noch gar nicht mal ausprobiert, bis jetzt fällt mir grad so auf. Und, ähm, ja, das war's eigentlich mit meinen positiven Aspekten. Jetzt kommen wir mal, ähm, zu meinen negativen Aspekten, die ich mir aufgeschrieben hab. Okay, ist das noch eine Beta, ne? Äh, und das Spiel kommt ja erst in einem Monat raus. Ich weiß gar nicht, ich hab immer 27. gesagt, weil ich immer dachte, das kommt am 27. Als ich auf Amazon gestern mal geguckt hab, stand da 19. Also, ich weiß es nicht, 19. natürlich wär besser, denn umso früher, umso besser. Wenn das Spiel rauskommt, kann man's endlich zocken. Und, ähm, ja, der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben hab, man stirbt manchmal ohne Leben zu verlieren. Man, also ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war oder ob's euch auch so geht. Ich spiele, schieße auf irgendeinen und auf einmal bin ich tot. Ich hab vorher kein Leben verloren, ich bin einfach instant so tot. So nach dem Motto, ähm, ich wurde beim Gegner getroffen, sag ich jetzt mal, und das wurde halt zu spät irgendwie gesendet oder kam bei mir zu mir spät an und ich bin einfach tot, so ohne vorher irgendwie so eine Anzeige zu bekommen. Ich wurde von da getroffen, ich wurde von da getroffen. Ich mein, bei Snipern kann ich das verstehen oder so. One-Shots kann ich das verstehen. Aber nicht, wenn jemand mit nem Maschinenpistole direkt gegenübersteht. Wir haben beide die gleichen Waffen und dann guck ich, ich hab den irgendwie 30 Leben abgezogen oder so, obwohl ich bei mir voll drauf war und, äh, der hat mich einfach gekillt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist mir schon ziemlich aufgefallen. Dann, was mich richtig genervt hat, ist zum Teil, wenn man spawnt und direkt tot ist. So wie, wie ich grad erzählt hab, ich spawne irgendwo. Meistens, okay, kann passieren, wenn man beim Squad, äh, Mates spawnt, irgendjemanden aus dem Squad spawnt einfach und der grad unter Beschuss ist und man stirbt. Kann ich verstehen. Aber kann doch nicht sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei Herrschaft, bei C, sag ich einfach mal, spawne und dass ich dann plötzlich einfach tot bin, ohne irgendwie Schaden bei mir zu kriegen. Ich bin tot, guck ich, der und der hat mich gekillt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Finde ich schon ein bisschen schade. Meistens, ich weiß nicht, ob man immer halt an dem einen bestimmten Spawnpunkt, äh, spawnt. Es gab ja, glaub ich, bei, ähm, Battlefield 3, ähm, wie hieß das, großer Bazaar. Wenn man die Flagge A und C hatte, sind die Gegner zum Teil bei B in diesem einen Raum da gespawnt. Da konnte man sich dahinter eincampen und die Gegner sofort messern, als die gespawnt sind. Das, ich weiß nicht, ob das bei Battlefield Tatooine wieder so ist. Ich hoffe nicht, denn das wär ein großer Minuspunkt, wie ich finde. Und, äh, mir, also soviel zu dem Thema. Da hab ich mir noch aufgeschrieben, dass ich die Shotgun ziemlich stark finde. Ich find, äh, die meisten Shotguns sind einfach One-Shot. Und vor allem, ich hab mal, ich hab nur ein oder zwei Runden dieses, ähm, Heißt, glaub ich heißt das, gezockt. Mit diesen Banküberfällen und sowas. Das ist nicht so meins, find ich. Da sind so viele Leute mit einer Shotgun. Ich weiß nicht, ob da ein Clan drin war oder so. Aber es sind so viele Leute mit der Shotgun rumgelaufen. Und die haben mich einfach gekillt. Und vor allem zum Teil über so eine Distanz, wo du dir als, keine Ahnung, ich hab in letzter Zeit viel Call of Duty gezockt, denkst, als Call of Duty Spieler. Wie weit kommt die Shotgun in diesem Spiel? Ich mein, bei Battlefield 3 gab's ja noch verschiedene Shotgun-Munitionen. So Slug, die kamen ja auch ziemlich weit. Ich glaub mit Spast in Kombination oder Spast 12. Ähm, das kam ziemlich weit, Dingens. Und ich find, auch allgemein sind die Waffen so ein bisschen, naja, ich sag mal, manche Waffen sind stärker als andere. Denn ich mein, wenn man, ähm, ich weiß gar nicht, Sturmsoldat, glaub ich, heißt die Klasse, oder hieß die Klasse mal, diese Klasse halt mit der Munition, wo man Munition verteilen kann. Wenn man die Klasse nimmt, hat man die Shotgun als Startwaffe. Und, ähm, ich find, das ist eigentlich schon eine OP-Waffe, wenn man direkt mit der Waffe startet und vergleicht zu Sanität oder die Sniper. Ich find mal die Sniper mega scheiße. Ich hab mal zwei, drei Runden als Sniper gespielt. Ich hab kaum Kills gemacht. Ich musste die zwei, drei Mal treffen, wenn das grad nicht ein Headshot war oder der Typ nicht grad, ähm, schon vorher von einem Teamkameraden angegriffen wurde. Muss ich doch sagen, äh, ist die Sniper im Vergleich zur Shotgun ziemlich scheiße. Also die Shotgun ist schon ziemlich stark, wie ich finde. Und auch allgemein so, das Waffenbalance find ich jetzt nicht so stark oder nicht so gut gemacht. Denn auch von dem Transporthele dieses Geschütz, ich hab das Gefühl, das macht kaum Schaden. Wenn man, wenn man, ich hab einmal, boah, keine Ahnung wie viel Munition auf einen Typen geschossen, der ist einfach nicht gestorben. Ich weiß auch nicht, was das, ähm, was das sollte. Ob die Waffen irgendwie so unbalanced sind, ob die den Heli extra so schwach gemacht haben, damit man nicht so viel mit dem, ähm, rumfliegt. Oder wie auch immer, die das vorhatten, ich weiß es nicht. Naja, soviel zum dem Thema. Und das, ähm, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben hab, ich glaub, der wird noch gefixt. Denn, ähm, ich weiß nicht, ob das nur mir so ging. Aber zum Teil, wenn ich über einen Stein geklettert bin, bin ich drei Meter weit geflogen. Nur weil ich über einen Stein geklettert bin. Ich bin einmal, das fand ich so ziemlich geil, auf einen Stein geklettert. Bin dann so weit geflogen, dass ich auf einem Hausdach geklettert, äh, äh, gelandet bin. Und dann stand ich hinter einem Gegner und hab den einfach gemessert. Und der dachte sich dann auch ein bisschen, what the fuck, wie ist der da hochgekommen? Ich so, okay, es gibt diese Kletterseile und so, die auch nicht schlecht sind. Aber das war voll, doch ziemlich verbuggt. Genau wie das Motorrad. Wenn man damit, ähm, kannst ja, das ist ja voll OP, find ich. Kannst ja Wände mit einfahren zum Teil. Kannst, äh, Gegner mit, ja, okay, Gegner überfahren ist ja halbwegs realistisch, sag ich jetzt mal. Aber damit springt man auch ziemlich weit. Wenn man jetzt so über so bestimmte Steine fährt, dann fliegt man zum Teil über eine halbe Map. Ich hab mal einen gesehen, der ist über eine halbe Map geflogen. Aber ich glaub, das waren so Leute, die sich grad so ein Spaßvideo gemacht haben und, äh, irgendjemand C4 unter dat Motorrad geklemmt hat. Und als sie dann über irgendeinen Stein gesprungen sind, haben die das gezündet. Und dann sind die da über die halbe Map geflogen. Hab mich aufgeregt, als ich damals nicht aufgenommen hab, weil das doch ziemlich geil aussah. Naja, aber trotzdem dieses... Irgendwo drüber klettern und wegfliegen. Ich hoffe mal, das wird noch gebackt. Und, ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, äh, persönlich finde ich doch ziemlich schade, dass es kein schneller Nachladen gibt. Denn, ähm, wir haben die Waffen persönlich zu wenig Munition zum Teil. Wenn man jetzt guckt, so 64 Mann bei Call of Duty kann man schneller Nachladen. Und da spielt man, was ist das, 6 gegen 6 oder bei Bodenkrieg 8 gegen 8. Und, ähm, ja, bei Battlefield ist das einfach zum größten Teil 32 gegen 32 Mann. Und wenn die Gegner nur eine Flagge haben, ich weiß gar nicht, ob ich das noch finde, hab ich einmal kurz ein, ähm, war das denn irgendeine Aufnahme? Und da guck ich auf die Minimap. Da waren nur rote Punkte. Ich glaub, das komplette Team ist bei mir bei C gespawnt. Ich wollte das nämlich gerade einnehmen und dann hab ich gesehen, C war die einzige Flagge, die die Gegner noch haben. Und da sind, glaub ich, gerade alle gespawnt. Die ganze Minimap war rot. Und ja, wenn dann so drei Leute kommen, die killt man dann. Und dann, bis man nachgelandet hat, kommen schon die nächsten Leute. Das find ich auch schon ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob ich, ähm, ob das so ein Upgrade gibt, wo, wo ich vorhin erzählt hab, wenn man Q drückt, zum Beispiel mehr Munition, schneller klettern. Ob's da auch noch ein Upgrade für geben wird, dass man, ähm, schneller nachladen kann. Ich hoffe mal. Ich weiß, es gibt noch so Fähigkeiten oder was, beziehungsweise Aufsätze, dass man mehr Munition hat, Magazinerweiterung und sowas. Aber bis man das mal freigeschaltet hat, die ganzen Kills gemacht hat, das dauert natürlich, ähm, auch noch ein bisschen. Und, ähm, wo ich grad von den Waffen rede, ich find das auch ein bisschen, ja, sag ich mal, doof, ähm, wenn man als Neuling reinkommt und, ähm, man muss halt die Anfangswaffen benutzen. Ist halt so. Und wenn dann irgendjemand kommt, der das Spiel schon ein bisschen länger zockt und der hat dann schon, was weiß ich, sich irgendeine Waffe für 40.000 gekauft, hat da schon seine, keine Ahnung, 100 Kills oder so, hat da schon Griff drauf, Magazinerweiterung und alles, dann hat man, finde ich, zum Teil auf Fern keine Chance gegen ihn. Er kämmt sich hinter irgendeinen Stein oder schießt vom Berg runter oder so und seine Waffe verzieht nicht, weil er Griff und alles drauf hat, schon Visier vielleicht, kann er ein bisschen weiter zählen. Und man selbst hängt da ohne Griff, ohne gar nix und, ähm, ja, hat dann eigentlich, ich finde, keine Chance. Ich find das zwar einerseits nicht schlecht, dass man sich mit Geld alles kaufen kann in dem Spiel, also mit Ingame-Kohle, kann man sich auch diese Battle-Packs und alles kaufen. Also diese Bronze, Silber und Gold, wo dann die ganzen Aufsätze, schwerer Lauf und sowas auch drin sein können. Unter anderem auch Boost, dass man schnell Level abkommt und so. Und, ähm, jetzt hab ich schon so viel gelabert, hab ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Auf jeden Fall, die Waffen sind ziemlich unbalanced, ähm, ach ja, mit dem Kaufen. Man kann zwar Aufsätze und alles kaufen, aber man muss trotzdem vorher eine gewisse Anzahl an Kills gemacht haben. Das heißt, ich kann nicht direkt, wenn ich sehe, ich hab die Überwaffe, ich spiel ja zum Beispiel nur mit Sanitäter, kann ich mir nicht direkt das geile Sniper kaufen, weil ich erstmal mit der Sniper-Klasse ein bisschen spielen muss, um da etwas freizuschalten. Und, äh, ich muss zum Beispiel 90 Kills machen, damit ich da überhaupt einen Schalldämpfer, sag ich mal, draufpacken kann. Und, ähm, das finde ich halt auch ein bisschen doof. Einerseits ist das natürlich gut, dass man sich direkt nicht einfach guckt, so, ja, ich spare jetzt, sag ich mal, 120.000, kauf mir direkt die beste Waffe, die es gibt, direkt einen Schfallergriff und einen Schalldämpfer drauf. Ist natürlich auch einerseits nicht schlecht, ähm, wenn man erstmal ein paar Kills mit der Waffe machen muss. Aber, äh, da, finde ich, ist man auch ein bisschen im Nachteil. Im Gegensatz zu einem, sag ich dir mal, die Standardklasse benutzt, die erste Klasse und da schon einen Griff und alles drauf hat, das ist man doch schon ein bisschen im Nachteil. Dann ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, woran das liegt, dass man die Häuser irgendwie nicht mehr zerstören kann. Also, ich hab noch kein kaputtes Haus gesehen. Okay, man kann ein paar Wände in ein paar Häusern ein, ähm, kaputt schlagen, wie auch immer, kaputt schießen. Aber ich hab mal mit einem Raketenwerfer auf dem Haus geschossen. Das hat nix abgehabt. Also, ich hab jetzt fast nur Eroberung gezockt. Und ich glaub sowieso, die Häuser, die, ähm, an den Flaggen sind, die kann man nicht zerstören. Das ist so gemacht von dem Spiel. Und, ähm, ich weiß, bei der, ich, bei der einen Map, die man bei Eroberung zocken kann, kann man da bei der Flagge C in den Keller gehen und dann die Fässer zerstören. Dann stürzt das Haus ein bisschen ein. Oder die Garage stürzt ein bisschen ein. Wow. Aber wenn ich das mal mit Battlefield 3 vergleiche, wo man da die ganzen Häuser mit einem Panzer, okay, es gibt jetzt hier noch keine Panzer in dem, ähm, in der Beta. Aber trotzdem, wenn man da alles zerstören kann und kaputt schießen kann, ähm, find ich das doch ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an der Map liegt, was man da alles zerstören kann und was nicht. Aber ja, mal, mal gucken, wie es bei den anderen Maps und bei Release sein wird. Und als letzten Punkt hab ich mir hier noch notiert. Also, ich hab das jetzt, obwohl, vorletzten Punkt, ich hab jetzt einfach die Punkte mal so versucht, ein bisschen durcheinander zu machen. Keine Ahnung, warum. Ähm, hab ich noch die Medikits oder Munitionskisten. Die brauchen doch ziemlich lange, bis man die wieder benutzen kann. Das heißt, ich werfe jetzt ein Medikit hin, laufe zum Beispiel bei B Treppe hoch, die Treppen hoch, kill zwei Leute, hab noch, sagen wir mal, acht Life, will mir ein Medikit hinwerfen, geht nicht. Weil ich, ähm, dort nicht werfen kann. Weil ich vor kurzem, als ich unten war und, äh, die mich von oben, sag ich mal, vorher abgeballert haben oder so, hab ich ein Medikit hingeworfen, um mich zu heilen. Und deswegen muss ich keine Ahnung, ich glaub, das dauert fast eine Minute oder zwei, bis man wieder ein neues Medikit werfen kann. Ist vielleicht auch nicht so schlecht, aber wenn man mal in einer Gefahrensituation ist oder in irgendeinem Haus versucht, gerade zu bereinigen von Gegnern, find ich das doch ein bisschen lange, bis so ein Medikit endlich mal wieder spawnt. Und ja, was hab ich noch hier stehen? Ähm, ja genau, die Laserminen vom Profi, glaub ich, heißt die Klasse, also die Sniper-Klasse, die, ähm, bleiben auch nach dem Tod noch da, was ich doch ein bisschen, ähm, komisch fand, denn ich hab mal als Sniper gezockt, hab dann mal so ein paar Laserminen verteilt und, ähm, hab dann nachher, bin ich gestorben, hab die Klasse gewechselt auf, ähm, mein Medi wieder und dann am Ende des Spiels oder kurz vor Ende des Spiels hab ich noch ein Kill per Laserminen bekommen und dachte so, hä? Wann hab ich denn eine Laserminen platziert? Da ist mir eingefallen, Moment, am Anfang gespielt, hast du doch gesniped und dann hab ich einfach mitten auf dem Feld mal oder mitten in einem Haus eine Laserminen platziert und das hat sich jemand am Ende des Spiels reingelaufen. Das heißt, das hat fast das ganze Spiel bis kurz vor Schluss gehalten. Was ich dann doch ziemlich lange finde und, ähm, ja mal gucken, ob die jetzt noch irgendwie, ähm, balancen werden. Genau wie die Granaten, da, ähm, finde ich die Rauchgranate ziemlich geil. Ich bin ja schon immer so ein Fan von Rauchgranaten gewesen, gewesen, wollte ich sagen, gewesen und, ähm, ich nenn's ja immer Unsichtbarkeitsspray, wenn man eine Rauchgranate wirft, hat man doch, bei Battlefield Hardline finde ich eine ziemlich große Rauchwolke, wenn man das mit einem Fünf-Mann-Squad macht und dann zum Beispiel A oder so einnehmen will und dann wirft jeder irgendwie eine Rauchgranate, dann ist schon fast ganz A bedeckt oder D in dem Fall jetzt auch zum Beispiel und, ähm, das finde ich doch ziemlich geil, wenn man dann ja, einfach nicht so schnell getötet werden kann. Genauso, denke ich mir mal, wird diese, ähm, Maske vielleicht noch ein wichtiger, Gasmaske ein wichtiger Punkt sein, denn wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Wasch geben wird, ich hab mich jetzt mit den Spielmodis jetzt nicht auseinandergesetzt, aber wenn es Wasch geben würde und man dann mit einem ganzen Squad diese Giftgasattacke macht und alle einfach nur auf die Bombe werfen, man verliert schon ziemlich viel Leben und wenn der Gegner sich jetzt gerade mal neu anfängt als Snoop, sag ich jetzt mal, und er hat noch keine Gasmaske beziehungsweise kann sich noch keine leisten, was macht der dann? Der kann er nicht viel machen, wenn er da reinläuft, bis er die Bombe oder so entschärft hat, ist er schon längst tot. Entweder wurde der von jemandem erschossen oder durch das ganze Giftgas, was da liegt, ist er erstickt. Da kann man sich schon ein paar Tricks bestimmt ausdenken und, ähm, ja, ich hab jetzt hier, wie ich sehe, doch 20 Minuten geklatscht, ich hab gehofft, ich komme auf meine 10 Minuten, wie das erste Gameplay ging und, ähm, ja, mal gucken, ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein zweites Gameplay, was ungefähr auch noch so um die 10 Minuten dauert, ähm, hinten dran packen, sind jetzt keine Beast Gameplays, denn, ähm, ich hab jetzt nicht so die Kills hinbekommen, ähm, mit denen in Banjo Field bis jetzt noch, aber, ähm, vielleicht habt ihr auch zum Teil im Gameplay gesehen, ähm, dass ich einfach so instant gestorben bin und dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuhören, wenn du bis hierhin geguckt hast und, ähm, ich hoffe mal, ihr konntet einen Teil davon wiedererkennen oder nicht, dass es nur an mir lag, wenn ihr euch, wenn euch noch irgendwas aufgefallen ist, was, ähm, was ich nicht erwähnt hab, was euch stört, was ihr gut findet, dann, ähm, schreib es doch mal in die Kommentare und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid nächsten Freitag wieder dabei. Ciao! Ciao!